Dieser Spaß hat Folgen. San Diego Pote 18 erfüllt sich zurzeit in den USA einen großen Traum. Der Sohn von Verona Pote 53 will nämlich professioneller Golfer werden. Dafür besucht er eine hochkarätige Sportschule in Florida, auf die schon Boris Becker 54 ging. Dort erlaubte er sich jedoch nun einen Fehltritt. San Diego missachtete eine Regel und wurde vom Unterricht suspendiert, während eines Turniers schlich sich der 18-Jährige unerlaubterweise abends aus dem Hotel, um mit ein paar Freunden einen Burger essen zu gehen. Das verstieß jedoch gegen die Schulregeln und hatte harte Folgen. San Diego wurde vom Golftraining befreit und trainiert die nächsten sechs Wochen bis zu seinem Highschool-Abschluss, den er an der IMG Academy absolviert, privat. Erklärte das Management der Familie Pote gegenüber RTL. Und wie reagierte die Moderatorin auf die Suspendierung ihres Sprösslings? Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich ein Kind habe mit Ecken und Kanten. Ich will keinen Streber haben, der alles im Leben richtig macht, zeigte sie sich gegenüber Bild gelassen und betonte, ihm nicht böse zu sein. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017